Nicht. Doch, die Zahlen gehen, sehe ich doch von hier. Mit dem Handy stimmt was nicht. Die Zahlen gehen. Kann man die am Haus anpacken? Wo willst du denn hin? Du bist plattgefahren vom LKW, wenn der gleich wieder runterkommt. Wo müssen wir anders hinkaufen? Schnell! Da haben sich die Leute drüber auch beschwert, dass die LKWs da mal hier durchfahren, ne? Da müssen sie aber, da oben sind sie ja am Arbeiten. Ist die süß. Die müssen wir von der Straße gleich machen, wegen dem LKW. Wie kriegen die eigentlich ihre Häuser? Ist die süß. Komm, du musst an der Straße. Riech schneller. Jetzt brauche ich dir ein Touro ein. Tja, schnicki, 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 schnicki. Ja, fein. Zieh schneller. Bin doch so, das bist du schon mal. Jungs von der Straße. Ja, das ist ja. Warte, noch ein Fühler. Wieso hat man wieder so WLAN-Schwierigkeiten? Weiß ich nicht. Haben wir wieder eine Sonneneruption? Ich hab das noch mal die ganze Zeit. Wenn man mal lesen würde. Ich lese schon lange keine scheiß Mediennachrichten mehr, weil... Die nicht saugen. Nein, weil die einfach nur scheiß hinlabern. Es ist sinnlos, sowas neben Ihnen die Nachricht zu lesen. Oder soll der Mensch auf eigene Gefahr selber erfahren, was passiert. Ja. Er braucht es nicht. Nein, es wird nicht Wie tue ich dich denn hier mit Dingen im ÖKW-Fahrer? Oder nicht zu klein bist. Das ist anstrengend für dich, ne? Ist der Schneum, was sie hinter sich herzieht? Es wird gerade so schnell wieder heiß, deswegen bekomme ich epileptische Anfälle dauernd. Obwohl heute geht es, wir sind ja auch voll in der Sonne stehen wir. Na trotzdem. Wir kommen gerade noch zurück, dann kommt der ÖKW wieder. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.